Hallo und willkommen zum Schicksalsmittwoch. Meine Verteidigung müsste C oder B gewesen sein heute. Vier Stunden her. Nee, das war noch nicht. Also B. Eins, zwei, drei. Passt B, müsste es gewesen sein. Gucken wir mal, wie lange wir uns halten. Ich habe gerade das Stinketier ins Bett gebracht, Mittagsschlaf und dann gucken wir mal, wie lange wir Zeit haben. Okay, blau ist gut. Ich glaube, das könnte ganz gut funktionieren. Und hoffen wir, dass mit dem Gegenschlag drei Leute angegriffen werden. Probieren wir es mal. Okay, da ist ziemlich viel blau. Da machen wir den Diamanten. Okay. 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 Hallo. Hallo. Hör doch mal auf. Was ist das denn? Wie geil. Okay. Da brauche ich die gute Dame gar nicht. Hier kommt ja jetzt nur gerade gelb und blau. Wie geil ist das denn? Puh. Da haben wir keine Verteidigung. Das ist schon abgeändert. Mehr ist noch nicht. Hoffen wir einfach mal auf ein ähnlich gutes Board. Aber das kann nicht mehr so gut werden, wie das eben war. Das ist unmöglich, dass das nochmal kommt. Das war gerade so ein One-in-a-million-Board. Das wird wehtun. Ne. Durch. Haben wir verloren. raus an Tag drei. Das hält noch viel zu lange an. Wenn ich rot auslöse, war es das. Dann geht der Leonide hoch. Dann gehen die Schwestern hoch. Die gehen aber auch so oder so hoch. Ja, raus auf Feierabend. Kein Bock. Einen nehmen wir noch mit. So muss das sein. Reicht nicht. Okay. Feierabend. Also ich werde mich nicht einkaufen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüss. Es ist nicht geht.